Jo, frohes neues Jahr, beziehungsweise herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik. Und das frohe neue Jahr bezieht sich natürlich nicht auf unseren Kalender, auch noch nicht auf den chinesischen, beziehungsweise auf den asiatischen Raum. Das ist auch noch zu früh, aber Lego weiß natürlich vorzeitig die Feste zu feiern. Deswegen haben sie nämlich heute, an diesem Samstag, schon mal bekannt gegeben, was denn die neuen Chinese New Year Sets sind. Um diese Sets gibt es ja durchaus, nicht Legendenbildung ist übertrieben, aber da hat sich ja so einiges mitentwickelt. Als die ersten rauskamen, da gab es die ja nur im asiatischen Raum. Und wir waren hier gekniffen, obwohl die wunderschön waren. Und da gab es dann auch hier und da ein bisschen schlechte Stimmung. Daraufhin hat Lego, auch weil da noch weitere Gründe nachher dazwischen kamen, noch weitere Sets, die in anderen Ländern nur kamen und nicht in allen, sich gesagt, sowas gibt es nicht mehr, jetzt gibt es das immer überall. Deswegen kriegen wir die jetzt inzwischen auch hier. Muss nicht teuer irgendwas importieren oder irgendwelche Händler dann damit mit höheren Preisen beglücken, beziehungsweise zahlen. Sondern ja, wir haben sie und wir kriegen sie auch wieder Ende des Jahres, werden sie dann hier auch ganz normal erhältlich sein. Also kurz nach Weihnachten, davon gehe ich jetzt mal aus. Und Lego hat sie jetzt bekannt gegeben, welches es denn die sind, die es diesmal sind. Und vielleicht gehen wir sie einfach mal so ein bisschen durch. Es sind diesmal eins mehr. Sonst waren es immer zwei. Diesmal sind es drei. Und hier haben wir erstmal die 80110 Luna New Year 2023 Display. Und dazu muss man übrigens auch wissen, bei dem Set noch nicht, aber gleich. Wir befinden uns dann im Jahr des Hasen. Deswegen nicht wundern, dass Häschen drei gleich drin vorkommen. Das hier sind eher so Displays. Mit so Symbolen, die typisch wohl sind. Und da muss ich zugeben, das muss ich mir dann auch anlesen, die so in der chinesischen Kultur wohl dann durchaus für Festtage üblich sind. Wie zum Beispiel was Goldenes hier. Also so Goldbarren gebaut hier. Wie auch Koi. Ja, das kennt man noch vielleicht, wenn man mal essen geht. Dann haben wir hier so ein paar Monkey Kid Wölkchen. Und wir sehen da auch diese, ja, das sind diese Briefe, die man ja schenkt, diese Umschläge. Da hatte Lego ja dann sogar schon mal, oder haben sie ja eigentlich auch, dass es diese Sets gibt, die man dann mit Umschlag dazu packt. Ja, das ist ja so eine typische Tradition wohl. Ich glaube, typischerweise packt man da Geld rein. So hatte ich das verstanden. Ja, und wir haben hier auch noch ein schönes Blümelein. Eine Pfingstrose. So nennt sich das. Die ist, finde ich, cool gebaut. Und wir sehen hier diese Flatschen, diese Dinger aus den City-Sets. Die da gerne mal, was weiß ich, dann, der Eiswagen zum Beispiel schießt die Dinger und so. Also, die haben sie jetzt hier in diese Rose reingebaut. Das finde ich lustig. Also, ja, 872 Teile sind es wohl. Okay, das hätte ich jetzt weniger geschätzt. Und kostet zumindest Promobricks, beziehungsweise auch Stonewalls. Die haben auch die Dollarpreise schon. Da sind es nämlich 90 Dollar wohl. Und da könnte wohl Euro-Preise vermutlich mal sehr ähnlich werden. Mit so goldenen Rändern. Ja, muss man, glaube ich, Fan für sein. Da ist das Nächste schon spannender. Und das geht so in die alte Tradition wieder. Der alte Tradition ist gut gesagt. Der coolen Sets, die wir in den letzten Jahren in diesem Bereich hatten. Und da gibt es gleich einiges zu entdecken. Das ist nämlich die 80.111 Lunar New Year Parade 2023. Besteht nach aktuellen Informationen wohl aus 1653 Teilen. Und wird wahrscheinlich so um 130 Dollar, vielleicht dann eben auch Euro kosten. Und das ist eine schöne Parade. Da haben wir auch den Hasen hier vorne. Da hält er, glaube ich, auch diesen Brief oder ähnliches. Wir sehen hier diese gefalteten, ist ja fast schon gefaltet, ja. Nee, nee, es ist nicht gefaltet. Es ist nur so gebogen, sehe ich gerade. Diese Plastikteile. Wir haben hier so Köpfe, die da hängen. Und das Coole ist, wir sehen massig Minifiguren. Also da ist ordentlich was hier drin. Und einiges an Anspielungen. Also das Coolste ist erstmal hier hinten, finde ich, bei dieser Parade gibt es auch einen Lego-Wagen. Da sehen wir hier große Lego-Steine. Und da haben wir zum Beispiel einen Ritter, der da dabei ist. Und auch da unten links, da einen Astronauten mit lila Helm. Da haben wir jetzt einen lila Helm plötzlich. Ja, endlich. Einige haben darauf gewartet. Wir haben auch hier diesen Drachen, wie man ihn so aus diesen Legoland-Sets auch kennt. Eben auf dem Legoland-Wagen. Paradewagen. Und ich würde mal sagen, dieses hier ist wieder die Familie, die sich schon so ein bisschen durch die Serie zieht. Und da haben wir eigentlich, die beobachten wir ja schon länger. Die in der ersten Folge waren sie sozusagen in der 80-101 in dem Abenddinner. Sie waren aber auch schon im Frühlingslaternenfest. Also ja, die kommen immer wieder und ich glaube, das sind sie. Auch wenn die vorne so ein bisschen aussieht, als wenn sich, das sieht so ein bisschen aus wie dieses Mädel, obwohl sie kurze Beine hat. Ich glaube, die hatte sonst lange bei Hinten Zeit. Und hier vorne, Monkey Kid ist auch dabei. Finde ich cool. Ja, hat sich als Lego-Figur verkleidet. Also ja, finde ich cool. Und auch hier die Trommeln und so. Also, herzallerliebst. Man vermutet, und so steht es eigentlich auch beschrieben, dass da wohl auch ein bisschen was wackelt, wenn der Wagen fährt. Also da ist wohl so ein bisschen Technik auch hinter. Also ja, das Ding gefällt mir. Ist allerdings auch mit 130 Euro natürlich erstmal eine Hausnummer. Und da wird es wahrscheinlich wenig Rabatte geben, weil wenig im normalen Handel. Auch hier dieser schöne, dieser große Lego-Stein bei dem Lego-Wagen. Ja. Fehlt jetzt nur noch Kölner-Karneval oder deutscher Karneval. Aber der ist, glaube ich, der würde dann etwas anders dargestellt werden. Das will man im Zweifel vielleicht gar nicht. Das könnte ich mir auch vorstellen. Jo, apropos vorstellen. Wir stellen uns mal das nächste Set vor. Und das ist das hier. Wir haben also noch ein drittes. Und da könnte der eine oder andere jetzt auf die Idee kommen. Ach guck, jetzt hängen wir schon hier die Pumpkins da in den Baum. Nehmt, das sind Mandarinen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die da hängen. Also es ist der, beziehungsweise die erstmal 40648. Wir haben jetzt also eine andere Nummernreihe. Glückskastanie. Moneytree. Also nichts mit Mandarinen. Nehme ich alles wieder zurück und behaupte ins Gegenteil. Es sind Mandarinen. Steht hier zumindest. Nennt sich aber Kastanie. Okay. Und das, was wir da hängen haben, ist Geld. Gut. Wie man es auch nimmt. Hauptsache Tradition. Also Mandarinen. Riesige Mandarinen, würde ich mal sagen. Geld, das da hängt. Und vielleicht was auch immer. Ist da auch irgendwie Kastanie bei. Oder ich habe eine falsche Vorstellung, was Kastanien sind. Nichtsdestotrotz. Nett. Ja. Also kommt natürlich nicht an das gerade Vorgestellte dann ran. 336 Teile. Preis ist hier noch nicht bekannt. Ich gucke mal hier bei den Kollegen, wo es hier zum Promo-Break schon was hat. Und selbst die wissen es auch nicht. Okay. Was würde ich schätzen? Ja. Könnte 40 Euro kosten wahrscheinlich. Naja. Gut. Ist wie es ist. Und ist eben so. Also haben sie hier schön drapiert dann auch. Dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Dann gibt es auch wieder, das gab es auch letztes Jahr schon, ein Duplo-Set. Und das mit der ganzen Thematik spielt. Lerne etwas über die chinesische Kultur. So nennt sich das hier. 124 Teile. Drei Figuren. 80 Euro. So ist es. Und wir sehen hier, wie sich das so. Ja. Aber ich finde diese Lampions cool. Also Duplo. Mein Sohn ist raus aus dem Thema Duplo. Deswegen interessiert es mich jetzt nicht so. Aber hier. Guck mal da auch so ganz rechts da hier. Diese ganzen viel chinesische Kultur, die hier drin ist. Finde ich cool. Also ich weiß nicht, ob man so von sich aus damit jetzt was lernt. Da muss wahrscheinlich doch jemand dabei sein, der einem das dann erklärt. Aber Südkurs ist eigentlich für das ganz nett aus. Aber es ist natürlich 80 Euro, auch eine Hausnummer. Aber ich glaube, wir sind da wieder mal nicht vielleicht so direkt die Zielgruppe. Jo. Und schließlich und endlich, wenn wir schon beim Thema Asien sind, gibt es auch noch angekündigt schon mal, waren sie wohl gerade im Flow, die 80 045, ein neues Monkey Kid Set. Und da denkt sich der eine oder andere vielleicht, hm, den kenne ich doch. Das ist doch Monkey King. Das ist doch der Mac. Ne, jetzt ist es der Ultra Mac. Das nicht zu verwechseln mit dem hier. Der ist sehr ähnlich, aber nicht gleich. Also geht so, da haben sie also den sozusagen geupgradet. So verstehe ich das. Und hat jetzt einen Leuchtstein. Da sehen wir es, da oben. Und die Flügel hinten sind so ein bisschen weiter rum. Den Stab hat er weiterhin. Da sehen wir es. Hat jetzt nicht mehr die Fahnen da oben. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen mehr noch gepanzert, würde ich sagen. Ja, ein bisschen, ne? Sorry. Also sagen sie aber selber, dass es ein Upgrade ist. Also da sagen sie sozusagen, machen sie keinen Hehl draus, dass es das Teil in dem Sinne so ähnlich schon gab. In der ersten Charge von Monkey King. Ja, also, ich weiß nicht, hättest das gebraucht? Ich weiß es nicht. Also, ist ja auch noch nicht so lang her, oder? Also, es hat angeblich, da ziehe ich mich jetzt auf Promobrix, 872 Teile für 160, was? 160 Euro. Ich hoffe, das ist ein Fehler bei denen. Weil das, ja, Monkey King und Monkey Kid waren natürlich schon immer ein bisschen teurer. Aber, ja, es sind ein paar größere Teile. Aber nicht, dass man jetzt, das wären ja quasi fast schon 20 Cent pro Teil. Nee, also, oder? Ja, bevor ich sage so, also, Lego war schon immer teuer, aber noch nichts. Also, ja, das wird uns vielleicht nochmal, gucken wir mal, ne? Was da, ob das sich wirklich so bewahrheitet. Und, äh, ich kann es mir eigentlich noch nicht so richtig vorstellen. Aber, äh, der alte Monkey Kid, King, Kid, King, Kid, der hat 1629 Teile. Der soll jetzt 872 haben. Nee, das macht keinen Sinn. Also, ähm, das, äh, dann glaube ich eher, dass es von der Teilezahl ähnlich ist wie bei dem alten. Und der hat 130 gekostet. Also, ja, das würde ich jetzt mal glauben, dass das, äh, dass das nicht ganz so stimmt. Aber gut, warten wir's ab. Was passiert? Das Ding hier, finde ich, ist das Highlight des Ganzen. Und darauf freue ich mich. Das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Und bin gespannt, wie das Ganze dann auch funktioniert. Und was vielleicht auch hier im Unscharfen noch nicht so richtig erkennbar ist. Ich finde den Hasen auch süß. Guck mal, hier auch mit dem Hasenbändiger dann dahinter und so. Also, ja, das ist ein schöner, schöner Umzug. Kann man sich eigentlich gut, vielleicht wirklich auch für, äh, was weiß ich hier, Karnevalsumzug oder sowas, als kleine, kleine Anregung nehmen. Zumindest den Lego-Wagen kannst du dann übernehmen. Jo, was sagt ihr denn dazu? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis bald dann. Und tschüss. Bis bald dann.